Du musst halt ein langes Stück finden ohne Ampel, ne? Ja, ist ja auch von einer Ampel vorderner Ecke, ne? Die Ampel kenne ich kaputt. Mach doch mal einen Tiefflug drüber, dann können wir uns das jetzt mal angucken. Sturzflug und ganz laut jala jala schreien. Weiß doch nicht wo denn das... Ja, ne. Wo ist das Türmchen? Football-Feld ist... Möglicherweise, naja... Ich weiß nicht, ob die Tore kaputt gehen. Es ist halt echt schwer, ne? Da hat irgendwie eine Stelle zu finden, wo keine Laterne oder sowas ist. Dann fliegt nochmal drüber, dann steige ich nochmal aus und dann habt ihr jemanden am Boden, der mal gucken kann. Weißt, was ich meine? Ja. Dann rede ich es mal her. Wie hoch bist du? 500. Schickt. Falsche. Warte. Warte. Ja. Jetzt. Du könntest raus, ne? Ich bin schon längst. Oh. Okay. Auch gut. Äh... So. Ja. So. Ich lande am Polizeihakku. Hol mein Auto. Buggi, bist du online? Ähm... Nein. Warum nicht? Nein. Was macht ihr denn? Wie heißt das kleine Flugzeug, was wir haben? C-17? Wir versuchen das in Sydney zu landen. Äh... Es wird boom machen. Naja. Und wenn du wüsstest, wo wir eben gelandet sind. Und machen. Ich dachte dann landen 50 Meter, ne? Ja, ne. Noch nicht mal. Das waren keine 10. Wofür die guten Sonderfunktionen des Flugzeugs doch gut sind, oder? Ja, manchmal taugen die auch aus. Ja, nur weiß halt eben keiner, ne? Da stand er grad wirklich. Nein. Welcome to Sultan. Hat das IRJ auch her, ne? Ne. Nur die hier. Nur die C-17. So. Also ich guck jetzt mal oben Football-Feld kurz. Kann man die Straßenlaternen umfahren? Nein. Die gehen nicht kaputt. Also dann ist die Hauptstraße zu schmal. Lass das nicht. 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 Die sind einfach durchgefahren. Die großen Tore auch? Ach, du meinst die? Die da stehen. Da fliegst du doch eh nicht an. Magst du offen auf dem Football-Feld landen?! Was? Du musst schräg reinkommen. Du musst quasi von der Brücke kommen. Ist da irgendwo ein Turm in der Nähe? Weil da darf kein Turm sonst in der Nähe sein, in ein größeres Gebäude, weil ich halt extrem tief fliegen muss. Also wenn, dann musst du quasi kommen von der Brücke, die Straße runter, über den Laternen. Oh, das wird übel. Das ist verdammt arschkurs. Du musst halt auf kurzer Strecke das Ding weit runter drücken. Das höchste, was du da hast, ist Polizei, Haku, glaube ich. Das sind daneben noch höhere Gebäude. So, ich donnere jetzt mal mit Vollgas in so einen Pfeilerm und gucken, ob man die umfahren kann. Die Roden sind höher, die Hochhäuser daneben. Nein, kann man nicht. Dann kannst du das da schon vergessen. Nee, das passt. Probier's mal. Bist du dir sicher? Ich markiere dir mal im Side den Anflugswinkel, den du brauchst. Warte mal. Ja, nehme ich so noch kurz ein bisschen Ansprung her. Mach's denn erst. Oh, lol. So müsste es hinhauen. Siehst du die Punkte? Darf ich, was ist denn mit, äh, da, da ist da irgendwas vor, an der Stelle? Und ich sah irgendwie was. Das ist nur eine kleine Bude. Da ist ein ganz kleines Haus, also niedrig. Da ist nichts. Kleine Etage. Aber, ich markiere jetzt mal die letzte Lampe, dass du weißt. Ich müsste, glaube ich, auf der Ecke stehen, ne? Naja, muss jetzt gucken, ein Stück weiter unten, da. Da hast du die letzte Lampe, da musst du drüber. Oh, dann haben wir uns halt Kinder wenigstens was zu erzählen im neuen Leben. Ich hab eh nichts dabei, was ich so, nur... Ach, mein Gott. So ein Spaß muss halt auch mal sein. Mein Afro kostet nix. Ich müsste eh normalerweise respawnen, weil ich keine Map und keinen Kompass und nix hab. L-au, Lampe. Ja, das ist die letzte Lampe, da musst du noch drüber. Wie hoch ist die Lampe, geschätzt? Zehn. Oder? Kommt hin, dürft ihr? Ja, kommt hin. Ungefähr so, wie die Tankstellen-Dinger. Zapf-Säulendächer, die hast du nämlich auch. Ja, wie gesagt, ich äh... Mach doch einmal einen Überflug niedrigen und guckst dir nochmal kurz an. Ich möchte langsam jetzt, wenn schon, wenn schon, dann schon, ne? Darum muss ich kann halt nicht durchstarten, weil der Berg da ist, ne? Das heißt, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt im Anflug, dann ist das auch der Anflug. Noch irgendwie noch eine Pusse, die dir auszeigen will? Also vom Winkel her sieht's schon recht gut, aus. 4,1. Also du siehst mich also. Ich seh deine Lichter kommen. Ähm, wenn du von dir aus noch ein Stück nach links gehen kannst, so 200 Meter links wäre besser. Korrigiere gerade. Kann man gucken, wo die Hochhäuser da denn ist. Nicht, dass wir mit den Flügen an die Hochhäuser kommen. Weil du fliegst, sonst... Ja, jetzt sieht's besser aus. Okay. So, ha, merken. Komm, dann machen wir richtig. Dann gucken wir auch, so eine Co-Piloten-Sicht. Das ist für mich gleich... Oh, das könnte knapp werden mit dem Hochhaus, was weiter rechts, oder? Nee, nee, nee. Bei mir ist das noch gar nicht gerendert. Ich seh das gar nicht. Heißt, die Hochhäuser sollten kein Thema sein. 1,2 Kilometer. Du bist aber immer noch ganz schön hoch. Wir sinken gerade extra. Ah, okay. Siehst du es? 600 Meter. 400. Ah, das sieht gut aus. 200. 80. Drücken. Ja, fährt einfach durch. Noch besser. Oh, wie geil. Also, Jungs, ich möchte jetzt mal hören, ich hab's auf Video, ich hab's auf Video. Oh, mein Gott.